Das Härteste hier ist Kombinatorik, rauszukriegen wann macht das Auto was, ist das ganze Ding möglichst unter Kontrolle. Wenn du die Kontrolle über ein Fahrzeug verlierst, überlegen kannst du nicht mehr. Was du dann machst, um die Fahrsituation wieder zu stabilisieren, lernst du bei Porsche. Porsche lernst du beim Autofahren. Ich bin rein und nochmal Gas geben, die Spiegel aufheben. Und warte! Ja, Traffic! Good job! Ja, und schau, wo du gehst. Achtung! Warte! Bitte Schwung her, bitte schwung her und weg! Und dann geht's! Um zu kontrollieren, das ist die wichtigste Sache. Und das ist die faszinierende und die größte Herausforderung. All die speed und die Kontrolle.